Indische Languren Selbst kleine Affen sind stark und können dich gerade in Gruppen trotz ihrer weit unterlegenen Größe angreifen und verletzen. In Indien, wo die Bevölkerung mancherorts viel zu sehr mit den nahezu plagenartig und außer Kontrolle verbreiteten Languren in Kontakt ist, wir gehen diese sehr häufig Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl und greifen Menschen, vor allem Kinder, an. Zudem wurden in einem Dorf ca. 250 Hunde von Languren brutal getötet, sodass dort anschließend quasi keine Hunde mehr übrig waren. Denk niemals, dass Affen harmlos wären. Viele können dich easy töten, wenn du ihnen zu nahe kommst und sie wütend sind, also betrachte sie nicht als friedliche, unterentwickelte Verwandten von uns Menschen.